Schelling betrat das Katheder. Er hatte ein jugendliches Aussehen. Er hatte in der Art, wie er erschien, etwas sehr Bestimmtes, ja Trotziges. Breite Backenknochen, die Schläfen traten stark auseinander, die Stirn war hoch, das Gesicht energisch zusammengefasst, die Nase etwas aufwärts geworfen, in den großen, klaren Augen eine geistig gebietende Macht. Henrik Steffens, Naturforscher, Schüler und späterer Freund, berichtet von der Antrittsvorlesung des Philosophen. Friedrich Wilhelm Josef Schelling war 23, als er 1798 als außerplanmäßiger Professor nach Jena berufen wurde. Johann Gottlieb Fichte und Georg Wilhelm Friedrich Hegel lehrten hier. Die Schlegels, führende Köpfe der Frühromantik, hielten hier Hof. Goethe und Schiller hatten in dem kleinen Städtchen, das zum Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach gehörte, zueinander gefunden. Jena war vorübergehend Zentrum der Geistesgrößen aus Literatur, Naturwissenschaft und Philosophie. Ein idealer Ort für einen wie Schelling, der schon als Kind durch geistige Beweglichkeit und Wissensdurst aufgefallen war. Er war ein hochbegabter und ein frühreifer Jüngling. Er war schon mit 15 so weit, dass er an die Hochschule kam. Das Tübinger Stift ist ja so eine Art Vorbereitungsschule gewesen für die Uni und dort hat er fünf Jahre studiert. Er kam aus einer guten Familie. Sein Vater war ja protestantischer Prediger und der hat dafür gesorgt, dass der Knabe relativ früh schon ordentliche Texte liest. Also der lasse mit sechs, sieben Jahren schon das alte Testament und zwar im Originaltext, nicht in der Übersetzung. Der konnte griechisch, latein natürlich, das war so ein Hausmannskost gewissermaßen. Und das hat ihn also auch befähigt, dann im Stift relativ schnell auch sehr, sehr gute Leistungen vorzulegen. Also er hat sich als junger Knabe schon mit der Knosis befasst, also so eine ketzerische Bewegung des Christentums aus dem frühen Christentum. Also er war immer neugierig, war immer interessiert, immer schon an Dingen, die also weit über den Horizont auch des unmittelbaren Angebots durch die Hochschule waren. Steffen Dietzsch, Philosophie-Professor an der Humboldt-Universität Berlin, über den am 27. Januar 1775 im württembergischen Leonberg geborenen Schelling. Was fasziniert ihn an diesem vielseitigen, ja umtriebigen Denker, der im Gegensatz zu Kant, Hegel oder Fichte kein geschlossenes Werk hinterlassen hat? Also er war ein Mann, der sich nie zufrieden gab mit den erreichten Leistungen, auch seine eigenen nicht. Klar hat er die schnell kleine Sachen geschrieben und das waren immer so eine Art Selbstkritiken, die er geschrieben hat. Also das hat der Freund Hegel mal auf den Satz gebracht. Hegel, der ebenso wie Hölderlin Schellings Studienfreund im Tübinger Stift war. Schelling hat seine philosophische Ausbildung vor dem Publikum gemacht. Die Reihe seiner philosophischen Schriften ist zugleich Geschichte seiner philosophischen Bildung. Also er war in dem Sinne ein moderner Intellektueller, der also nicht seinen Ehrgeiz daran setzte, große Traktate für die Ewigkeit zu schreiben, sondern der wollte immer den Vorgang des Denkens selber befördern und wollte immer im Denken selber dabei sein. Und manchmal ist es nur eine Rezension, wo er wieder was Neues sagt. Sein fragmentarisches Philosophieren, sein flexibles Denken, seine ungeheure Wandlungsfähigkeit brachten Schelling den Ruf ein, der Proteus der Philosophie zu sein, also dem griechischen Fabelwesen zu ähneln, das fähig war, immer wieder neue Gestalten anzunehmen. Der klassische berufliche Einstieg für bürgerliche Genies, seien es nun Literaten, Theologen oder Philosophen, war sich als Hofmeister in Adelsfamilien zu verdingen. Schelling übernahm die Aufgabe, die beiden jungen Barone von Riedesel bei ihren Studien in Leipzig zu betreuen. In Leipzig, weil die Hofmeisterei dort in Leipzig bei dieser Familie ihn nicht sonderlich beansprucht hat, hat er die Zeit gehabt, um an der Universität in Leipzig naturwissenschaftliche medizinische Vorlesungen zu hören. Und in diesen zwei Jahren, die er in Leipzig war, nach Tübingen, dort hat er den Grundstein gelegt für seine naturphilosophische und für sein naturwissenschaftliches Werk, kann man sagen. Und durch seine relativ frühen, großen Arbeiten, die er auch schon nach seiner Leipziger Zeit in rascher Folge niedergelegt hat, also zum Beispiel eine große Schrift, die heißt Ideen zu einer Philosophie der Natur. Durch dieses Werk hat er Goethe auf sich gemacht. Goethe war ja immer an Naturproblemen interessiert, an Naturphilosophie interessiert. Und er hat dieses Werk sich angeschaut und hat den Autor mal sich angeguckt. Er hat ihn mal herbestellt nach Weimar. Goethes Idee war es, dem jungen Gelehrten eine Berufung an die Universität Jena zu verschaffen. Doch bevor er Schelling empfahl, wollte er ihn persönlich kennenlernen. Schließlich eilte Schelling der Ruf eines freien, eines revolutionären Geistes voraus. Schon am Tübinger Stift hatte er das Misstrauen seines Landesherren hervorgerufen, weil er seine Begeisterung für die französische Revolution offen zeigte. Es kursierte sogar das Gerücht, dass der aufmüpfige Eleve die Marseillaise ins Deutsche übersetzt habe. Beinahe wäre er deswegen vom Studium relegiert worden. Einen Aufrührer, einen Sansculotten, wollte Staatsminister Goethe keineswegs in Amt und Würden sehen. Erleichtert berichtete er seinem Amtskollegen Vogt von seiner ersten Unterredung mit dem jungen Schelling. Er hat mir in der Unterhaltung sehr wohl gefallen. Es ist ein sehr klarer, energischer und nach der neuesten Mode organisierter Kopf. Dabei habe ich keine Spur einer Sansculotten-Turnur an ihm bemerken können. Vielmehr scheint er in jedem Sinne mäßig und gebildet. Ich bin überzeugt, dass er uns Ehre machen und der Akademie nützlich sein würde. Schelling hat sofort all die Erwartungen erfüllt, die Goethe an ihn gestellt hat. Seine Vorlesungen waren überfüllt. Also es war so, wenn er über Naturphilosophie las, dann war die Stadt leer. Also er hatte einen ungeheuren Resonanz mit dieser neuen Theorie. Und er hat dadurch, dass er ganz schnell zur Zierde der Universität Jena wurde, kann man sagen, bei Goethe natürlich ein Stein im Brett. Und Goethe hat sich dann auch persönlich um ihn gekümmert. Und das hieß, er war oft im Hause des Geheimrats am Weimarer Frauenplan zu Gast. Er durfte ihm bei seinen optischen Versuchen und anderen naturwissenschaftlichen Experimenten assistieren. Geistreiche Geselligkeit in den Salons der gebildeten Bürgerlichen, ebenso wie bei Hofe, prägte diese vom Glauben an die Vernunft bestimmte Epoche. Die politischen Veränderungen, ausgelöst durch die Französische Revolution, ermöglichten auch Revolutionen auf kulturellem und wissenschaftlichem Gebiet. Es kam zu neuen Erkenntnissen in der Elektrodynamik, der Wärmelehre, der Biologie, Geologie und bei der Erforschung fremder Erdteile. Für Schelling war die intensive Beschäftigung mit Physik, Chemie, Biologie und Medizin unentbehrliche Grundlage für die Entwicklung seiner Naturphilosophie. Was unterscheidet die überhaupt von der Naturwissenschaft? Das ist keine Naturwissenschaft, sondern das ist ein Nachdenken über die Tätigkeit der Natur selber. Die Naturphilosophie interessiert praktisch der Prozess, die Frage, was tut die Natur, wenn sie tätig ist. Was der Mensch Denkende, die Tätigkeit des Menschen, die findet Schelling in der Natur unbewusst wieder. Also er sieht hier praktisch eine symmetrische Struktur und da kommt Schelling auf den genialen Einfall und sagt, wenn die Natur das so macht und wir Menschen das mit Bewusstsein machen, dann könnte man doch versuchen, eine Philosophie zu organisieren, die also beide Bereiche als Teilbereiche einer großen Gesamtphilosophie darstellt und das nannte er dann Identitätsphilosophie. Und diese Art, die Natur neu zu begreifen, das ist eine erste große Leistung von Schelling gewesen, vor der wir bis heute mit Bewunderung stehen und die uns heute Anlass gibt, auch weiter über solche naturphilosophie Fragen nachzudenken. Die äußere Welt liegt vor uns aufgeschlagen, um in ihr die Geschichte unseres Geistes wiederzufinden. Die Natur soll der sichtbare Geist, der Geist die unsichtbare Natur sein. Hier also, in der absoluten Identität des Geistes in uns und der Natur außer uns, muss sich das Problem, wie eine Natur außer uns möglich sei, auflösen. Das letzte Ziel unserer weiteren Nachforschung ist daher diese Idee der Natur. Philosophie ist nichts anderes als eine Naturlehre unseres Geistes. Wir betrachten das System unserer Vorstellungen nicht in seinem Sein, sondern in seinem Werden. Die Philosophie wird genetisch. Die Idee der Einheit von Natur und Geist, Leben und Vernunft, Sein und Bewusstsein hat Schelling später auch als Realidealismus bezeichnet. Der Idealismus, wenn er nicht einen lebendigen Realismus zur Basis erhält, wird ein leeres und abgezogenes System oder ein dogmatisches. Idealismus ist Seele der Philosophie, Realismus ihr Leib. Nur beide zusammen machen ein lebendiges Ganzes aus. Die fünf Jahre, die Schelling an der Universität Jena wirkte, waren wohl seine intensivste akademische Periode. In dieser Zeit hat ja in dieser Stadt Jena seine Frau kennengelernt, Caroline, und dort die glücklichste Zeit seines Lebens verbracht. Und Goethe gehörte dazu, zu diesem Glück natürlich, das ist klar, kann man sich vorstellen. Obwohl Caroline, die noch mit August Wilhelm Schlegel verheiratet war, sofort von Schelling eingenommen war, dauerte es eine Weile, bis die beiden ein Paar wurden. Auch weil Schelling seine Zeit lieber in seiner Studierstube verbrachte, als bei amüsanten Plaudereien im Salon der charmanten und geistreichen Caroline. Die war, als sie ihn zum ersten Mal gesehen hat, auch völlig begeistert von diesem Typen. Sie haben dann auch gemeinsam zum Beispiel Rezensionen geschrieben. Sie war seine Muse, kann man sagen. Ist leider ein bisschen unterschätzt. Die hat einen enormen Einfluss auf seine geistige Beweglichkeit und auch auf sein Interesse gehabt. Sie hat ihn immer motiviert, weiterzuschreiben und an Problemen nicht zu verzweifeln und sich nicht zufrieden zu geben mit Systemen. Möglicherweise auf die Gefahr hin, dass man die früheren Schriften abwehrte damit. Schellings Vater traute das Paar im Juni 1803. Die glückliche und ebenbürtige Verbindung aber wehrte nicht lange. Karolines Tod, sie starb 1809 an der Ruhr, stürzte Schelling in eine schwere Existenzkrise. Es scheint, dass ein solcher Schmerz mit der Zeit eher zu als abnimmt. In die größere Ferne sie mir tritt, desto lebhafter fühle ich ihren Verlust. Sie war mein eigenes, einziges Wesen. Man musste sie ganz oder gar nicht lieben. Diese Gewalt, das Herz im Mittelpunkt zu treffen, behielt sie bis ans Ende. Hätte ich Jahre noch zu leben, ich wollte sie alle mit ihr teilen. Ja, gern jeden Tag, den ich mit ihr wäre, mit einem Blutstropfen bezahlen, um mit ihr zu sterben. Trost spendeten dem Witwer die einfühlsamen Briefe einer Freundin Karolines, Pauline Gotter. Sie wurde seine zweite Frau. Schelling sehnte sich sehr nach einer Familie und war ganz närrisch vor Freude, als nach einigen Komplikationen sein Sohn Paul geboren wurde, das erste von sechs Kindern. Es ist ein vollkommenes Kind, nicht wie ich andere gesehen habe. Was mir besonders an ihm gefällt, dass nichts Formloses, Unausgebildetes an ihm ist und dass er besonders im Gesicht schon so viel Bildung, so viel Gescheitheit und Vernünftiges zeigt, was ich freilich nicht sagen sollte, da alle Welt findet, dass er mir wie aus dem Gesicht geschnitten sei. Er hat den ganzen Kopf voller brauner Haare mitgebracht, große, schöne Nägel an den Zehen und Fingern und ungemein viel Lebenskräftigkeit. Schelling war da längst etabliert. Sein Ruhm hatte sich im In- und Ausland verbreitet. Als ihn 1806 König Max I. Josef nach München holte, musste er sich auch um seine finanzielle Existenz keine Sorgen mehr machen. Er wurde Mitglied der Akademie der Wissenschaften und 1808 vom König zum Generalsekretär der Akademie der Bildenden Künste ernannt, deren Entstehung er maßgeblich angeregt hatte. Nach der Auszeichnung mit dem Ritterkreuz des Zivildienstordens der Bayerischen Krone durfte sich der Philosoph von Schelling nennen. Doch ein Manko war mit der Entscheidung für München verbunden. Prof. Steffen Dietzsch In München gab es ja keine Universität. Die Bayerische Landesuniversität, die war ja ein Landshut. Und die ist erst im Jahr 1827 von Landshut nach München gelegt dort. Und Schelling fehlte der Studentenkontakt. Und der kam erst wieder im Jahr 1827. Da ist er nochmal zu großer Form aufgelaufen. Und er hat dort ganz bedeutende neue Entwicklungen in der deutschen Philosophie vorangetrieben. Die sogenannte Spätphilosophie Schellings, die haben wir erst am Ende des 1200s entdeckt. Schelling nutzte seinen Einfluss auf den König, um aus der anfangs als wissenschaftsöde kritisierten Residenzstadt eine Wissenschaftsmetropole mitzugestalten. Er entwarf eine Studienordnung und wirkte auch an der Einführung eines Lehrplanes für die bayerischen Schulen mit. Konservative katholische Kreise fühlten sich besonders durch Schellings Forderung nach einem »Recht der Studenten auf akademische Freiheit« provoziert. Pflichtveranstaltungen sollte es nicht geben. Die Philosophie ist Liebe zur Weisheit. Kann man denn zur Liebe zwingen? Dabei wird nichts herauskommen. Bestenfalls ein mit Banalitäten vollgestopfter Mensch, ein allgemeines Mittelmaß, das alle Extreme meidet und alles an den eigenen durchschnittlichen Maßstäben misst. Die wahre Philosophie kenne, so Schelling, nur ein Ziel, nämlich die Sittlichkeit. Also nicht jede Erkenntnis, gleich viel jeden Inhalts, sondern nur die Erkenntnis, welche Weisheit ist, genügt dem Philosophen. Weisheit wird man demjenigen nicht zuschreiben, der entweder unsittliche oder auch an sich löbliche Zwecke mit unsittlichen Mitteln erreichen will. Und Weisheit entsteht aus Freiheit. Der Freiheit des Menschen, sich für das Gute, aber auch für das Böse zu entscheiden. Wobei das Böse im Schöpfungsplan Gottes enthalten sei. Ohne Böses, kein Gutes. Und umgekehrt. Übrigens gehörte nicht nur Ludwig I. von Bayern zu den Schülern Schellings, sondern auch seine Söhne, der Kronprinz und spätere König Maximilian II. und dessen Bruder Prinz Otto, der spätere König von Griechenland. Trotz seiner zahlreichen Aufgaben und engen Verbundenheit mit dem bayerischen Herrscherhaus reizte es Schelling, den Ruf des preußischen Königs Friedrich Wilhelm IV. nach Berlin anzunehmen. Ich verkenne die Vorteile meiner hiesigen Lage gewiss nicht. Aber dass man in einem Orte wie Berlin von wenigen Jahren, die man noch zu leben hat, eine höhere Bedeutung für die Welt geben kann, ist auch gewiss und wohl eines Opfers wert. Der neue König hat versucht, ein Zeichen zu setzen und Schelling war einer von diesen ins Auge gefassten Neuerwerbungen. Und er kam dann 1841, 1842 nach Berlin. Der Lehrstuhl Hegels, den er besetzen sollte, war schon zehn Jahre verwaist. Und es gab aber jede Menge Hegelschüler in Berlin natürlich. Deren Erwartungen würde er allerdings nicht erfüllen. Die des Königs, den Hegelianismus auszurotten, aber auch nicht. Die Hegelianer betreffend, so werden die meisten bei mir hören. Die Spannung ist unglaublich. Ich werde mit voller Freimütigkeit vortragen, ohne etwas zu verbergen, und fürchte eben nur den Zudrang, da die Studenten schon erklärt haben, wenn nicht durch die Türen, würden sie durch die Fenster hereinkommen. Es kam zu einem Volksauflauf, denn viele wollten Schelling hören. Studenten, Kollegen, Journalisten, Angehörige der feinen Gesellschaft und alle, die in der europäischen Geisteswelt einen Namen hatten oder drauf und dran waren, sich einen zu erwerben. Alexander von Humboldt, Kierkegaard, Bakunin, der junge Friedrich Engels. Die linken Hegelianer waren enttäuscht, viele reagierten entrüstet, denn Schelling nahm auf ihren Vordenker kaum oder recht ironisch Bezug. Andere wiederum erhofften sich von Schelling keineswegs die Vollendung der hegelschen Philosophie, sondern einen neuen Kurs. Schelling ist jetzt an seinem rechten Platz, um das hegelsche Steinkohlenfeuer durch das Licht aus der Sonne zu ersetzen. Möge es ihm gelingen, die Offenbarung an die Stelle des allgemeinen Vernunftgeschwätzes zu bringen. Schellings Botschaft war klar. Wir müssen, um den Antworten der Zeit auch zu entsprechen, immerhin 1840, Beginn der Industrialisierung, die Welt wurde global in dieser Zeit schon, Wir müssen versuchen, die Philosophie aus dem Käfig der Logik herauszubringen und wir müssen eine neue Philosophie machen. Und die nannte er geschichtliche Philosophie. Das, was Hegel machte, hat seine Berechtigung, hat seine Zeit gehabt, hat auch eine große Bedeutung, aber ist letztlich in der Gesamtbetrachtung der europäischen Philosophie eine Episode. Da war das böse Wort gefallen. Hegel eine Episode in der Philosophiegeschichte? Das war die reine Provokation. Die Idee war eben, jetzt eine neue geschichtliche Philosophie zu begründen. In diese geschichtliche Philosophie gehen mythologische Fragestellungen ein, gehen auch christologische Fragestellungen ein, also gehen die Texte, die also in den Religionen eine Rolle spielen, gehen da ein. Das muss alles neu bedacht werden und neu zusammengefasst werden. Okkultismus, Rückkehr ins Diffuse und zum Katholizismus, Glorifizierung vergangener Zeiten, wurden Schelling vorgeworfen. Eine Kritik, die man auch gegen die Romantiker erhoben hatte. Dabei ging es dem Philosophen um nichts Geringeres, als herauszufinden, was die Welt im Innersten zusammenhält. Die Frage, die Schelling in diesem Zusammenhang ein Leben lang beschäftigte, war, wie kann der Mensch Freiheit erlangen? Das A und O der Philosophie ist Freiheit. Und von diesem Gedanken ist er nie abgegangen. Und diesen Gedanken sieht er eben gefährdet, wenn Philosophie sich in einer Logik erschöpfen sollte. Dieser Freiheitsanspruch wird verdunkelt. Die Freiheit hat zu tun mit dem einzelnen Menschen. Das Ziel der Philosophie kann auch nicht das System sein, sondern das Ziel der Philosophie ist immer der einzelne Mensch. Der Mensch ist der Gipfel der Fragestellung der Philosophie. In diesem Freiheitspathos, kann man so sagen, finden wir die absolute Modernität Schellings. Friedrich Wilhelm Schelling starb am 20. August 1854 während eines Kuraufenthaltes im schweizerischen Bad Ragaz. Sein Grabmal, dessen Inschrift lautet, dem ersten Denker Deutschlands, hat der bayerische König Maximilian II. errichten lassen. Als bescheideneres Resümee seines Lebens könnte wohl ein Spruch von Schelling selbst gelten. Der ist beglückt, der sein darf, was er ist, der Bahn und Ziel mit eigenem Auge misst. Der ist beglückt, dass der Bahn und Ziel mit eigenem Auge misst.